Jo, was geht YouTube? Mein Name ist Falke und ja, erstmal ein großes Dankeschön an Nico oder auch Nukes, dass er mir hier die Chance gibt, mich auf seinem Channel vorzustellen und vielleicht den ein oder anderen Abonnenten zu überzeugen, mal auf meinem Channel vorbeizuschauen. Und ja, im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 2 Gameplay und zwar mit der B23R im Akimbo Modus auf der Map Overflow, nicht Overlord, Overflow in 6 gegen 6 Stellung. Ich habe in einer 3 Mann Party gespielt und wir haben alle Supporter Streaks gespielt und ja, jetzt fragt euch bestimmt, warum ich kein Ghost Gameplay im Hintergrund gepackt habe. Und zwar ist der Grund, dass ich in Ghost nicht gerade der beste Spieler bin. Ich habe zwar eine 2-4er KD, aber was Gameplays als Spielen angeht, bin ich der totale Noob und darum seht ihr ja auch ein Black Ops 2 Gameplay. So, jetzt mehr zu mir. Ja, ich bin der Falke, mein gebürtiger Name ist Florian, ich bin 15 Jahre alt und spiele seit ca. 2-3 Jahren COD. Ja, angefangen habe ich mit Black Ops 1 und ja, ich spiele seit, ach ich spiele seit, ich spiele auf der PS3 meine ich und voraussichtlich werde ich dann auf der PS4 wechseln. So, auf meinem Channel werdet ihr folgendes sehen und zwar Live Commentaries, Gameplay Commentaries und voraussichtlich auch Themen Commentaries, sobald ich auch dann halt Themen habe und so weiter. Ja, dann habe ich mir einen Uploadplan erstellt, den ich voraussichtlich so führen werde. Ich werde ihn euch jetzt mal hier vorlesen und zwar am Montag kommt kein Video, dafür am Dienstag ein Video, Mittwoch und Donnerstag dann wieder kein Video, Freitag ein Video, Samstag kein Video und Sonntag dafür wieder ein Video. Ja, das wird dann nochmal unterteilt in verschiedenen Serien, die ich dann wahrscheinlich hochladen werde. Also, voraussichtlich wird es dann so sein, dass Freitag ein frei für alle Freitag sein wird, wo ihr mir ein Klassen-Setup zur Verfügung stellen könnt, dass ich dann spiele, egal in Ghosts, Black Ops 2 oder MW3 ist eure Entscheidung. Und ja, Sonntag wird wahrscheinlich Infizierten Sonntag sein, wo ich dann halt infiziert spiele, ob online oder mit Abonnenten, kommt halt drauf an. Und Dienstag wird wahrscheinlich Themen-Kommentary oder Gameplay-Kommentary am Start sein oder vielleicht auch ein Live-Kommentary, je nachdem wie die Themen sind und wie die Gameplays halt sind. Und so, ja, falls ihr mit mir zocken wollt, ich spiele wie gesagt auf der Playstation 3, mein Game-Attack ist Falke, alles klein mit Doppel-K, wie ich eigentlich geschrieben bin. Und ja, das war's dann eigentlich so von mir, nochmal ein großes Dankeschön an dich, Nico, dass du mir hier die Chance gibst, mich hier vorzustellen. Und da würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Abonnent hier mal vorbeischauen würde bei mir, der Link ist bestimmt in der Beschreibung. Und ja, das war's dann von mir, bis auf meinem Channel und ciao.